Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze zusammen mit Paul Meister. Hallo. Wir machen das nächste Level und zwar Level 2.6 Bimmel Bammel und Paul Meister ist mal wieder nicht dabei. Och Mann. Obwohl er gerade zu hören war, aber das war nur von mir eingespielt, deswegen ist er eigentlich gar nicht da. Ja, das sind so zusammengeschnippelte Tonspuren. Was haben wir diesmal für ne Musik? Wieder ne neue Musik. Und boah, das Wasser sieht so extrem cool aus. Ach ja, ist schon ein schönes Spiel. Äh, warte mal grad. Ich will diese Ganaden rein noch haben. Okay. Äh, ja, genau. So machen wir das kaputt. Frag mich ja, was das Theme von der nächsten Welt eigentlich ist. Oh. Hier ist ein Sieger. Doch, hier geht's weiter. So, geil. Mann, ich roll sogar noch. Ich verarsche. Hallo, roll. Ja, das ist in seinem Namen. So. Okay. Äh, was hast du jetzt gemacht? Achso. Toll. Okay, hier können wir ziehen. Ein simple Bananen. Okay. Ja. Ach, man kann sogar während dem, während diesem, hier so durchdrehen. Siehst du das? Ja. Also ne, wusste ich nicht. Äh, okay. Dann ist K. Ja, ich habe ja mindestens schon einen von zwei verpasst, würde ich mal sagen, oder? Wo? Ja, da war einmal eine goldene Glocke, die ich aktiviert habe, und ich glaube, bei der einen... Wie? Ach, man muss schütteln, um die zu aktivieren? Ja, ich glaube. Achso, ich dachte, ich hätte... Das wusste man gar nicht. Und einmal, glaube ich, hätte man vielleicht alle... Ähm, die müssen einsammeln müssen, alle Bananen. Tja, vielleicht. Aber ich will mal da oben hin. Oh, hier ist ein Secret. Das habe ich aber nicht übersehen. Ja. Das ist aber, glaube ich, sogar ein leichter Bonusraum. Bin ich zumindest der Meinung, den werden wir ohne Probleme schaffen können. Ja. Roll doch, meine Güte. So. Sehr schön. Alles eingesammelt. Fünfteil ebenfalls. Zwei von fünf haben wir schon. Fehlen noch drei. Ja. So. So, gucken wir mal. Oh Gott, ja. Da bin ich leider jetzt ein bisschen zu früh gesprungen. Ja, jetzt bin ich ja da. Sehr schön. Hau mal, ist das wieder da? Der ist ja irgendwie... Oh, der ist aber jetzt scheiße mit diesen einschützenden Plattformen. Tja, da musst du sich halt ein bisschen beeilen, ne? Ja, oder du. Ich bin eh ganz schnell, also das ist kein Problem. Boah. Ja, da hat mein Meister spielen müssen. Ja, da hat mein Meister spielen müssen. Tja. 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 Alter. Ahi, oh he. Mit diesen Worten verabschiedete sich Paul Meister von seinem Leben. Mein Donkey Kong. Ja. Oh. Aua. Dieses Geräusch ist irgendwie cool. So. Oh. Sehr schön. So. Checkpoint. Und dann haben wir so ein Glas. Clear. Oh, da oben. Haben. Aber da gibt's nix für sowas. Oh. Das ist ja, ist ja ein bisschen doof. Okay. Ja. Wieder ein Dekafas. Hier ist wieder so eine... Ein paar Bananen in Form einer Krawatte. Die wird bitte auch ein so eine Nocke. Ja, das hab ich auch gesehen. Hier ist immer ein Secret. Haben wir aber gut gesehen, ey. Ähm, ja. Das führt zu einem Bonusraum. Sogar mit zwei Fässern. LOL. Oh. Sein, Alter. Okay. Man darf nicht in verschiedenen Fässern sein. Ja, das könnte nicht so kompliziert werden. Ja, aber. Boah, was? Das ist sogar noch geschafft. Alter. Danke mir natürlich. Toll. Okay. Ähm. Ja. Der Links, gut, gab's noch. Oh, ohne Witz, Alter. Nee. Okay. Okay, dann geht's hier weiter. So, wieder schön die ganzen... Oh, Mann. Ja. Oh. Gehe. Na klar, im Fall so. Das fällt so ganz langsam noch runter. Ja, ich bin leider tot jetzt. Muss mein Meister wohl hier ohne mich zurechtkommen. Ein extra Leben. 64 haben wir. Da oben kannst du lang. Unten ist aber auch irgendwas, irgendwie. Nee, da ist nichts, Mann. Da ist nichts. Der so ist auch nicht. Ich glaube, genug wäre das hier zu raffen. Na, alles nicht. Sag ich doch, Mann. Ja. Nein. Ich bin so dumm, Alter. In mein Name, das Puzzleteil, jetzt. Das habe ich nicht überlegt, ey. Ja. Das hätte ich auch falsch gemacht, glaube ich. Alter. So. Ja, es geht alles gut. Oh. Oh, nee. Gott, Alter. Hier ist sogar so ein leichter Luftzug. Guck mal, du kannst ja stampf mal, stampfattacke da auf dem Dings. Was, stampfattacke? Da ist doch so ein Dings, was du stampfattacke machen kannst. Du meinst, ähm, klopfen, ja, super. Juuu. Stampfattacke. Attacke. Äh. Ähm. Ja, das mit den Glocken ist auch schon echt eine tolle Idee. Hä? Hilfe, Alter. So, hier geht alles kaputt. Das ist ja sehr brüchig hier. Ey. Ich muss raus. Alter, wollte ich mich eigentlich verarschen? Hm. Hm. Oh, das geht. Haben. Nein, haben. Mann, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Ah, Mann. Gott. Kann doch nicht sein hier jetzt. So. Nochmal. Jetzt weiß ich ja, wo es geht. Haben wir eigentlich alles davor, ja. Guck mal nach. Ja, haben sogar alle Pusszeile. Nice. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Äh. 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 Sehr schön. Hallo, macht Mann. Oh. Alter, warum hält er sich denn nicht dran fest? Boah, ich bin neuer Leben noch. Ich hab mal gelebt sogar. Ho, ho. Ja, Polenmeister hat's leider nicht ins Ziel geschafft. Ja, das kann ja nur mein ganzes Ziel schaffen. Wir haben K, O, N, G und 1, 2, 3, 4, 5 Puzzleteile. Zauber. Nee, du hättest es gleichzeitig mit mir ins Ziel schaffen können, ja. Aber Polenmeister war so schlecht, dass es einfach nicht geschafft hat. Wenn ich, wenn ich es alleine spielen würde, würde ich auch ein bisschen besser sein. Wieso? Oder dann die Fähigkeiten von... Auch, ja. ...den zwei, ja. Weil ich nicht immer so von einem anderen Spieler, der rumhüpft, irgendwie abgelenkt werde. Okay, äh, was machen wir als nächstes? A oder Boss? Ja, dafür schauen wir natürlich wie immer in die Statistik und sehen, dass jetzt als nächstes Level 2 A Emmentaler Stollen an der Reihe ist. Danach kommt ein unbekanntes Level. Darauf folgend Welt 2 Boss, Affenaufstand und danach wieder ein unbekanntes Level. Das ist so der Plan, Leute. Jo. Also, im nächsten Part geht es dann weiter mit Level 2 A Emmentaler Stollen. Also, bis zum nächsten Part und tschüss. Tschüssi.